so und der martin der kann natürlich mod 2 nicht fliegen deswegen muss ich meine eigene fernsteuerung verwenden habe hier schon etwas vorbereitet menü page und zwar kann man das ding binden mit folgenden modus mit dem 4 in 1 modul ich habe hier das externe multimodul auswählen mt 99 xx und unter protokoll h7 ist es so und damit lässt sich der ganz normal binden man kann jetzt eine menü binden allerdings sollte man genauso wie mit dem original sender erst den flieger stecken so und dann den sender einschalten schalter positioniert bitte prüfen ja so sie hat recht dann geht er automatisch in wind modus und hat hier auch gebunden so also und so kann der martin auch mal runde fliegen damit so jetzt die frage nur das stabilisieren funktioniert erst wenn man ganz kurz mal gas gegeben hat dann funktioniert das so jetzt bin ich im 6d modus und den habe ich hier auf den schalter gelegt kanal 5 weitere funktionen habe ich leider nicht zum laufen gebracht damit warum auch immer ich kann auch die lampen nicht ein und ausschalten zum glück sind sie schon an wenn man wenn man wenn man einschaltet also was habe ich jetzt so gemacht dass ich mit meiner terranis mit dem 4 in 1 modul fliegen kann also ich habe ganz normal aetr ein square oder zwei höhen oder drei gas und vier seite und fünf ist bei mir hier 3d zu 6d wechseln alle anderen haben komischerweise keine wirkung habe ich bis jetzt noch nix feststellen können der popo leuchtet die 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 Ja, also ohne Scheiß, die fliegt wirklich geil. Ups, 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 ups. Was schnauzt denn der so? Ich will es nicht wissen. Ja, genau. Was schnauzt denn der so? Ja, ich weiß nicht. Was schnauzt denn der so? Was schnauzt denn der so? Das war's. Das war's. Will ich die Fliegenklatsche auspacken? Ja. Das ist ein schönes Bild. Das ist ganz schön flott und bewegt der Kleine. Das war eine gewendige Sau. Jetzt muss ich auch noch auf dich warten, der unerhört. Und was fliegst du vor Gewulf? Ah, jetzt sehe ich Beleuchtung. Mit der Mee 190 lief der. Was kaut mir jetzt an meinem Ellenbogen? Ja. Schon geil. Ja. 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 Ich war jetzt irgendwie abgestochen. Lieberdenkmal. Ich muss landen. Hä? Ich muss landen. Ich war jetzt von allem möglichen Gefiech angefressen. Ja. Ich habe jetzt auch gerade schon Zugblattlein. Ich muss dann mal langsam fliegen. Oh! Was? Ich habe es nicht gesehen. Aber man sieht sofort, wo er liegt. Scheiße, ey. Scheiß Mucken. Hier. Was ist das? Scheiße. So. The first crash. Das ist gar nichts. Das ist wie beim Golf spielen. Einfach da weiterspielen, wo es lag. Okay. So. Mach mal. Machen wir eine autonome Landung nochmal ins Auto rein. Oh! Nein! Das wäre fast ins Auto rein. Ja. Wäre auch ein Spaß. Aber es muss jetzt nicht sein. Genau gefahren. So. Also noch einmal. Hands-off Landung. Wir machen gar nichts. Das Ding landet von selber. Ja. Ach. Das ist hier. So. So. So.